Hey Leute, was geht? Hier ist Julius und herzlich willkommen zu meiner ersten Folge der FIFA 21 Road to Glory. Auch dieses Jahr wird es natürlich wieder auf meinem Kanal eine RTG geben. Hier werdet ihr lernen, wie ihr ohne FIFA Points in einem kompletten FIFA Jahr ein richtig, richtig starkes Team aufbauen könnt. Außerdem wird es euch so viel mehr Spaß machen, als wenn ihr hunderte Euros in FIFA steckt. Also bleibt unbedingt dran und abonniert meinen Kanal, falls ihr neu hier seid. In den letzten drei Jahren konnten wir die RTG auf jeden Fall richtig, richtig stark bestreiten. Haben richtig gute Teams gebaut, haben gut in der Weekend League abgeschnitten und euer Support war immer unfassbar. Und da möchte ich euch unbedingt ein bisschen was zurückgeben. Deswegen wird es in den ersten fünf Folgen der FIFA 21 RTG fette Gewinnspiele geben. Auch heute starten wir rein. Ich verlose FIFA 21 an euch. Alles, was ihr machen müsst, um das zu gewinnen, ist in die Kommentare schreiben. Spielt ihr auf der PS4, auf der Xbox oder auf dem PC? Und dann schreibt ihr noch euren Twitter- oder Instagram-Namen dazu, damit ich euch kontaktieren kann. Und damit ihr teilnahmeberechtigt seid, müsst ihr dem Video einen Daumen nach oben dalassen und natürlich meinen Kanal abonnieren. Denn das Gewinnspiel soll nur für meine Abonnenten sein. Und wenn ihr noch kein Abonnent seid, könnt ihr das natürlich jetzt gerne nachholen. Ansonsten wird es neben FIFA 21 noch zwei weitere Gewinnspiele heute geben. Ich verlose einen 50 Euro M-Poji-Gutschein an euch. Das ist mein Gaming-Booster-Sponsor. Wenn ihr das gewinnen wollt, schreibt ihr einfach meinen Rabattcode in die Kommentare und euren Instant-Twitter-Namen. Julius 5 müsst ihr dann in die Kommentare schreiben. Dann kontaktiere ich euch, wenn ihr gewonnen habt. Und zu guter Letzt gibt es dann noch einen 50 Euro Smilodox-Gutschein zu gewinnen. Das ist auch mein Sponsor. Dort gibt es coole Sportbekleidung. Wenn ihr da einen 50 Euro Gutschein gewinnen wollt, schreibt ihr Julius 10 in die Kommentare. Denn mit Julius 10 spart ihr euch bei Smilodox auch 10%. Und ja, soviel zu den Gewinnspielen. Ich werde es in den ersten fünf Folgen machen. Einfach liken, kommentieren und abonnieren. Und dann habt ihr die Chance auf eine der drei Sachen. Ihr könnt natürlich auch mehrere Kommentare schreiben. Einmal einen Kommentar für FIFA 21, einmal einen Kommentar für M-Poji und einmal einen Kommentar für Smilodox. Und dann würde ich sagen, starten wir richtig rein in die FIFA 21 RTG-Folge Nummer 1. Ihr seht schon, es ist ein bisschen was anders dieses Jahr. Denn in den letzten Jahren habe ich auf der Xbox gespielt. Dieses Jahr wird es zum ersten Mal auf der Playstation sein. Wir werden dann im November natürlich auch auf die PS5 wechseln. Die ist bereits vorbestellt. Da freue ich mich auf jeden Fall auch schon drauf. Das war auch immer ein großer Wunsch der Community, dass ich auch mal auf der Playstation eine RTG starte. Und das wird dieses Jahr der Fall sein. Die Draft2Glory wird es dieses Jahr auch definitiv geben, denn die kam auch immer richtig gut bei euch an. Die wird weiterhin auf der Xbox bleiben. Dadurch bin ich auf der Playstation und auf der Xbox vertreten. Das finde ich ziemlich cool und das machen wir so. Ansonsten würde mich freuen, wenn wir heute direkt die 10.000 Likes für die erste Folge knacken könnten. Sollten wir heute die 10.000 Likes auf diese Folge knacken, wird es die nächste Folge direkt morgen geben. Also eskaliert ordentlich mit den Likes. Würde mich definitiv freuen. Ansonsten würde es mich freuen, wenn ihr mir auf Twitter und Instagram folgen würdet. Dort heiße ich JuliusFGU. Dann seid ihr immer auf dem neuesten Stand und wisst Bescheid, wann ein neues Video kommt. Ich werde da auch relativ viel zu FIFA posten. Da seid ihr, wie gesagt, immer auf dem neuesten Stand. Also lasst da auch sehr, sehr gerne ein Follow da. Ansonsten verändert sich auch auf diesem Kanal dieses Jahr ein bisschen was Richtung eSport. Denn ihr habt es vielleicht schon an meinem Profilbild gesehen oder an meinem Banner. Ich bin ab sofort der Content Creator für das eSport Team Neo. Dazu habe ich auch ein Video auf FGU hochgeladen mit allen weiteren Infos zusammengefasst. Neo ist ein eSport Team, was dieses Jahr mit einem unfassbaren Line-Up in die FIFA 21 Saison startet. Gorilla, Dullen Mike und Lenny und ich als Content Creator. Da wird auf jeden Fall fetter Content auf euch zukommen. Und ja, wir sehen hier. Ich habe erstmal natürlich meine Starter Packs geöffnet in der FIFA 21 RTG. Das sind die Starter Packs bzw. die Treue Packs. Normalerweise hätte ich ja keine Treue Packs, da ich in den letzten Jahren keine RTG auf der PS4 gespielt habe. Aber ich habe jetzt einfach einen alten PS4-Account für meine RTG benutzt. Deswegen hatte ich auch hier meine Treue Packs. Die sind relativ wichtig bzw. ihr braucht die nicht unbedingt. Aber die erleichtern es einfach den Start in eine RTG. Denn man bekommt dadurch halt schon mal einen Haufen Spieler. Und selbst wenn man kein Glück hat, bekommt man da meistens so um die 15.000 Münzen raus. Und das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes Startkapital. Ihr habt eben auch schon gesehen, ich habe einfach in meinem ersten oder zweiten Pack einen Foot Draft Token gezogen. Das war auch schon wieder unfassbares Lack, muss ich sagen. Denn so ein Foot Draft Token ist quasi 15.000 Münzen wert. Dadurch können wir einmal kostenlos ein Foot Draft spielen. Und wie ihr in meiner Draft2Glory letztes Jahr gesehen habt, bin ich schon ein starker Draft-Spieler, würde ich sagen. Von dem her freue ich mich auf jeden Fall auf eine Draft-Folge, die Tage in der Road2Glory. Die Draft2Glory wird dann wahrscheinlich nächste Woche losgehen. Da bin ich auch wirklich schon extrem gehypt drauf. Ansonsten wird es natürlich auch wieder Streams geben. Hauptsächlich die Weekend League wird wieder auf Twitch gestreamt. Falls ihr mir dort auch noch nicht folgt, macht das unbedingt. Denn auf YouTube wird es erstmal keine Streams mehr geben. Wie gesagt, Twitch, auch dort heiße ich JuliusFGU, ist aber auch alles unten in der Videobeschreibung verlinkt. Twitter, Instagram, Twitch, Mpogee, Smilodogs, ihr wisst Bescheid. Bei Mpogee, meinem Gaming-Booster-Sponsor, gibt es mittlerweile auch richtig viele coole neue Geschmacksrichtungen. Also schaut dort gerne auch vorbei. Code Julius5 für 5% Rabatt. Und Smilodogs, richtig coole Klamotten. Code Julius10 für 10% Rabatt. Ihr wisst, wie es läuft. Ansonsten kann ich sagen, dass ich mich unfassbar auf die nächste Zeit freue. Es werden so geile Videos auf euch zukommen hier auf dem Kanal. Ich freue mich einfach wieder in den nächsten Tagen auch täglich mit der RTG hier rein zu starten. Da wird der Grind absolut real sein. Da könnt ihr euch absolut drauf einstellen. Und ich habe natürlich mal mit großer Hoffnung erstmal, wie gesagt, meine Starter-Packs gezogen. Man muss allerdings sagen, dass ich dieses Jahr echt überhaupt kein Glück hatte. Also da war kaum ein guter Spieler dabei. Also klar, der ein oder andere gute Spieler war definitiv am Start. Und man darf natürlich nicht unterschätzen, dass ich einen Draft-Token gezogen habe. Aber die Spieler waren nicht so gut. Der Draft-Token hat es allerdings gerettet, denn der ist wie gesagt 15.000 Münzen wert. Und was ich dann gemacht habe, war einfach erstmal alle Spieler zu verkaufen. Klar, der ein oder andere Spieler könnte vielleicht noch steigen. Aber ich dachte mir, ich brauche jetzt erstmal die Coins für was anderes. Und deshalb habe ich alle Spieler angeboten. Ein, zwei Mal. Die meisten sind einfach für den Mindestpreis verkauft worden. Die Spieler waren, wie gesagt, halt auch wirklich nicht so viel wert. Und dann habe ich die meisten Spieler abgestoßen. Ich habe allerdings zwei Argentinier behalten. Denn es gibt eine SPC, das werdet ihr beim nächsten Mal sehen. Da braucht man einen Spieler mit Loyalität. Loyalität heißt Loyalität, entweder du machst zehn Spiele mit dem Spieler oder du hast den Spieler gezogen. Und da gibt es eine SPC, da braucht man einen Spieler mit Loyalität. Und deswegen habe ich mir diese zwei Argentinier hier rausgesucht. Das werdet ihr in einer der nächsten Folgen dann auch noch sehen. Da wird der Martinez zum Einsatz kommen. Also schaut gerne bei den Starter-Packs darauf, dass ihr vielleicht Argentinier aus irgendeiner interessanten Liga zieht oder sowas in der Art. Weil da wird eine SPC auf euch zukommen. Da ist sowas auf jeden Fall wichtig. Zum Abschluss der ersten Folge habe ich dann noch die Starter-SPCs gemacht. Die muss man einfach kurz abschließen, um die anderen SPCs freizuschalten. Und im Großen und Ganzen soll es das auch schon mit der ersten RTG-Folge gewesen sein. Ich hoffe, wir werden dieses Jahr zusammen wieder absolut abreißen mit der RTG. Und ja, was soll ich sagen? Lasst auf jeden Fall ein Like da, wenn ihr euch auf die Folge morgen freut. Bei 10.000 Likes geht es wie gesagt weiter. Ansonsten abonniert unbedingt meinen Kanal, um keine Videos mehr zu verpassen. Dadurch seid ihr auch automatisch beim Gewinnspiel dabei, wenn ihr dazu noch in die Kommentare euren Insta- oder Twitter-Namen schreibt. Und dazu noch, was ihr gewinnen wollt. FIFA 21, Mpogee oder SmidoDocs. Ihr wisst, wie es läuft. Ich habe es eben euch schon erklärt. Und dann würde ich sagen, hoffe ich, dass wir uns morgen zur nächsten Folge wieder sehen. Mach's bis dann gut. Haut rein. Und ciao.